Endlich! Jetzt können wir uns noch Panzerung anlegen. Und den können wir auch beraten. Lange auf sich gewartet. Oh, diesen scheiß Stein weg. Hoppeli-pop. Hops, hops, hops. Würde ich sagen. Oder wie oder was. So, den eigentlich noch geholt. Den einen noch geholt. Und dann vielleicht mal weiter. Ich würde sagen, da oben. Damit ich jetzt nicht so weit laufen muss. War das keine Kälte oder war das der komische Mongo? Mongo! Randolf! Der Mongo! Sieht ja bisher... Recht. Da. Scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck. Lass mich doch in Ruhe. Ey, die kommen doch jetzt bestimmt hier lang, oder? Ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt, aber ich bin mir sicher, dass da zwei Stück waren. Ich glaube auch nicht, dass das Vögel oder Bambis waren. So, jetzt schauen wir mal weiter. So, jetzt schauen wir mal weiter. Ich bin da vorne gestanden. Ich bin da vorne gestanden. Zwischen den Bäumen. Ich bin da vorne. So. So. sicherlich wenn sie wieder hinter mir sind los fall um ja wenigstens mal die richtige richtung wenigstens mal in die richtige richtung hier war gerade noch einer die blöde wo ist er denn hin jetzt kassier trinken durch steht sind da kommt immer her ui das wäre hell aber gut ich sollte weitermachen sind ja noch zähne zwei drei bäumchen noch voraussetzung es kommt es wieder einer ich denke es kommt einer ich weiß es nicht ich weiß es nicht ja nach dem baum oder wenn wir das ding fertig haben machen wir uns ein feuer und beraten uns durch ist blöd wir sind fünf pro ding pro baum ja gewiss wurde eine von verschwunden ist den vorten ist die luft aufgelöst ja gut ein noch aber ein kleines getränk so eines gesagt umgeschaut kann gesehen und los gehackt los gehackt hackiger hack 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 was ich bin bis ich vorhin gesehen habe ich weiß es nicht irgendwas hat mich nur mächtig richtig deftig erschrickt das wäre noch jetzt fehlt nicht echt ein ding was war das jetzt da da fuck er hat bloß ab lauf bloß weiter ich muss doch was futtern ich habe die zum futter dabei es ist ärgerlich das ist echt ärgerlich die stehen da unten noch laufen zwischen den bäumen um ich muss jetzt mal gucken wie hier wo ich mich immer ein lagerfeuer machen kann ich habe jetzt gesehen ich hoffe ich habe es nicht gesehen auf das ärgert mich jetzt das ärgert mich jetzt richtig das ärgert mich jetzt richtig das ärgert mich jetzt richtig oh kalt ist ihm auch kalt ist ihm auch kalt ist ihm auch hier schön tief in die höhle dass keiner sieht nicht dass wir jetzt verhungern kocht den lurch kocht den lurch schnell kocht den lurch ach du liebezeit jungen 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 es den lurch ah glück gehabt das war knapp so wo sie sich typen hin können wir mal gucken hoffentlich weit weg dass ich nur ein baum fällen kann ein scheiß baum und ich fälle den baum jetzt hier ganz schnell und ich bin übrigens immer noch verschnupft wie man hört das ist das ist das das ist das 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 ist das es das ist das 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 ist das das wenn wir was bauen die dann die das und wir bauen hier so ein ding hier unten hin ärgerlich wirklich ärgerlich jetzt so jetzt probieren paar äste ich den baum weghacke ich versuche den baum wegzocken vielleicht können wir dann hochgehen versuch es wert oder na los so alter holzfäller nicht über jetzt ja nee ich breche ins essen ich brauch acht schwule steckis noch jetzt laufen diese homofürsten rum und das baumhaus ist umgefallen weil wir nicht rein konnten ich breche ab auch Oh, ey. Hier hinten ist ja überhaupt nichts. Oh. Junge, 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 Junge. Das kann doch hier nur mit passieren. Verdammt. Na los, jetzt achtsteckig. Ich hoffe, wir sind bald genug weg, die Penner. Ich muss jetzt glaube ich, warum hinter mir stehen. Das wäre echt ärgerlich. Hallo, Steckis. Erste Folge und gleich so ein Abkotz. Zwei, ui, 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 ui. Drei. Vier. 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 Einer noch. Geht doch. Denk ich am Stein. So. So, das war's auch. An der Stelle mache ich einen Cut. Ich danke mich fürs Zuschauen. Äh, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Über Likes und damit hier würde ich mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.